Ein Ford Transit Courier steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Wim Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 1000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Wim bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, ABS, Zentralverriegelung und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 75 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 13.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017